Na komm, auf die letzten Meter wird die Abonnenten schaffen, oder? Meine Güte, war das jetzt ne Aktion? Also die Welt... Ich pfeife echt auf dem letzten Loch. Und abhauen hier. Boah, ich bin aber gerade glücklich, dass ich hier weg bin. Oh, ich hab ne Anfrage bekommen von Ebay. Da guck ich doch gleich mal nach. Mal wieder jemand, der die Anzeige bestimmt nicht gelesen hat, wa? Ah, ich suche Arbeit, ja. Guten Abend. Wollen wir fragen, ob das mit dem Video... Mhm, naja. Ich schaue mir das Video später an. So, Bionale wird sich wundern, was ich alles mitgebracht habe. Oh, meine Mann, die wird sich wundern. Oh, ho, 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 ho. Ähm... Maximum? Äh, gut. Kann ich jetzt eigentlich was herstellen? Äh, komm ich hier schon irgendwie in die nächste Epoche. Eventuell. Äh, ich hab ja schon ein bisschen was sammeln können an AT-Bumpster-Dienster. So, kochen werde ich auf jeden Fall nochmal. Äh, irgendwas Neues. Ja, hier. Einmal. Damit ich das neue auf jeden Fall schon mal gemacht habe. Äh, hier ist auch was Neues. Gut. Ist hier irgendwo anderes noch was Neues? Und hier unten ist alles dicht. Okay, dann mach ich jetzt mal Maximum. Das sollte er jetzt mal machen hier. Äh, gut. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Ordnung gemacht habe. Oder habe ich überhaupt eine Ordnung gehabt? Wiss ich gar nicht. Äh, kein Schimmer. Ähm, Pilze habe ich jetzt hier nicht bekommen. Ähm, das könnte ich jetzt hier rüberwerfen. Noch irgendeine Pampe. Ähm, was kann ich denn jetzt hier reinhauen? Ach, da ist alles frei. Was war hier? Da könnte ich jetzt auch noch was reinhauen. Ähm, ja, da war was hier. Das hatte ich ja schon gehabt. Ähm, Rohmetall. Jetzt muss ich auch mal gucken, bevor ich jetzt hier was mache. Und weghaue am Material. Kann ich jetzt was Neues herstellen? Ähm, hier, dieser Stahl. Silber, Iron, Stone, Titanium. Ja, aber was bringt mir nicht da? Ich stelle eine mal her. Um das mal ein bisschen, mich hier zu erweitern, meinen Horizont. Gibt es hier noch etwas, was ich herstellen kann? Nö, jetzt nicht Neues. Äh, ja. Ja. Und jetzt kommt das hier noch. Und das hier noch mitmachen. Dann habe ich hier noch etwas. Ja, ich habe hier so ein Zeug, was man immer schön braten kann. Eigentlich könnte ich dann noch das andere restliche Öl braten, oder? Ja. Hier waren ja Bomben. Nö. Ja, ich sehe meine eigene Ordnung nicht durch. Ich sehe da wirklich nicht durch. Ähm, gibt es hier noch etwas, was ich irgendwo reinwerfen kann? Hier ist auch nichts mehr. Das ist alles, was ich hier rausgeworfen habe vorhin, damit ich überhaupt irgendwas reinpacken konnte. Na, es sind nur ein paar Lager hier. Äh, genau wie hier. Warte mal. Da kann ich aber nachschauen. Da ist aber nicht weiter. Hm. Auch nicht weiter. Das nehme ich jetzt mal raus. Ich versuche die Lebensmittel einmal zu verpacken. Leder. Gut. Da war noch etwas da. Nö. Hier auch nicht. Das war auf jeden Fall noch. Und... Naja, ich muss mal gucken, was beim Lager vorher eben noch so... Ähm... Genau. Da hatte ich doch hier gerade noch was gesehen. Ich glaube, das war hier. Und dann war hier noch etwas. Äh... Titanium. Das ist immer ganz gut. Dann schiebe ich das hier mal alles rein. Diese besonderen, schönen Steinchen. Äh... Dann haben wir hier noch... Das. Ich habe hier irgendwo... Das gesehen. Das kann er auch noch mit rein. Das kann er jetzt auch noch mit reinwerfen. Ähm... Ne, da auch. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Einiges da. Hier sind ein paar Lebensmittel. Äh... Die werde ich noch kochen. Fisch. Öl. Ähm... Ja, ich muss das Zeug loswerden. Ich renne hier durch die Druhen und... Finde keinen Platz für den Scheiß. Und ich habe ja schon eine Menge Druhen. Kann man ja nicht... Kann ja nicht behaupten, dass ich zu wenig habe. Ähm... Das ist ein Leder. Ähm... Okay. Da ist ein Barren. Ich habe hier irgendwo die Barren reingeworfen. Dann kann ich die Barren eventuell jetzt da rüber werfen. Ah... Da ist kein Platz mehr. Okay. Dann bin ich einmal schon mit Stücke Schleuerschen. Da vielleicht noch was? Äh... Ne, das war die falsche Käste. Aber hier ist noch genug Platz in der einen. Da ist Leder. Das passt aber nicht mehr rein. Gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Platz. Dann kann ich das Zeug hier reinhauen. Mir springt die Nase hier entgegen. Warum auch immer. Mann, die falsche Truhe. Also wirklich. Das muss beim Handling unbedingt noch bearbeitet werden. Äh so. Geht ja gar nicht. Genauso wie hier. Ja, problematisch. Ich bin hier bald voll. Ähm... Hey Leute. Ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos.